was haben wir denn hier sie mal einer an eine alte bekannte musik und damit hallo und herzlich willkommen zu einer klitzekleinen gemütlichen runde minecraft ich hatte so recht spontan mal wieder bock ein bisschen minecraft zu zocken und mal wieder ein bisschen mehr minecraft auf diesem kanal zu machen und zwar in einer ähnlichen weise wie ich es schon mal gemacht habe beziehungsweise irgendwie auch ein bisschen anders aber ich muss schon sagen also mit einem ressourcenpack spielt sich minecraft doch gleich viel schöner ich habe glaube ich noch dieses wirklich mit einem ressourcenpack gespielt so ich fange schon mal hier so ein ganz klein bisschen an so machen wir mal das hier das brauchen wir was brauchen wir noch hiervon brauchen wir ein ein bisschen die standard ausrüstung so das brauchen wir und das brauchen wir steht gerade ein schwein vor mir ich glaube ja was brauchen wir noch und ich glaube dass hier ja sehr gut so schweinchen hier kommen wir machen abgang bringst du euch auch was zu essen bringst du tatsächlich erst mal essen fahren ja was möchte ich in diesem in dieser playlist so sage ich einfach mal was möchte ich da machen wieso brennt da hinten der wald ich weiß es nicht ich weiß noch nicht so genau welchen namen diese playlist bekommt letztendlich auf jeden fall seht ihr ja ich spiele die aktuellste minecraft version die 189 das ist die aktuellste die es zum zeitpunkt dieser aufnahme gibt während ich gerade mal ein bisschen essen farme wie lange es dauert bis die 19 kommt weiß ich ehrlich gesagt das interessiert mich auch nicht weil die 189 ist halt jetzt gerade die aktuellste ich fahre mir gerade mal ein bisschen essen ja das hat sich ja richtig gedroht ich bräuchte vielleicht noch ein bisschen mehr holz oder ja was möchte ich in dieser minecraft playlist machen ich habe mir ein etwas halbwegs besonderes konzept ausgedacht und zwar wird jede folge circa 45 minuten gehen und in jeder folge füge ich einen neuen mod hinzu in ja in dieses mod pack was ich mir hier aufgebaut habe und ja womit starte ich quasi in dieser erste folge ihr seht ich habe ein ein texture pick drauf gemacht das ist jetzt nicht wirklich ein richtiger mod ist es das minecraft texture pack und als mod ist optifine mit dabei der das ganze ein bisschen smoother rüberkommen lässt und ja hier ich glaube so kann man auch noch ruhig kann suchen ja das ist quasi die die ausgangssituation für folge 1 da komme ich da oben noch dran tja mal gucken ob ich so ein bisschen spaß an minecraft finde ob ich das dann so ein bisschen länger spiele ich weiß nicht mal gucken je nachdem wie ich gerade lust habe also dass meine kraft ressourcen pack und optifine sind quasi die mods also ja der die das mod für die erste folge hier und an anfang von jeder folge gibt es einen neuen motto der hier hinzu kommt und dann mal gucken wie sich das ganze so entwickeln wird tja was mache ich jetzt eigentlich ich hätte mir eigentlich mal eine schaufel machen sollen das wäre vielleicht mal recht schlau gewesen ich brauche stein ich muss mal kurz ein bisschen stein farben das sieht doch gut aus stimmt stein war ja am anfang auch relativ wichtig deswegen farben wir mal ein bisschen stein ich weiß nicht genau wie ich es mache auf jeden fall würde ich gerne ein bisschen in minecraft herumprobieren jetzt nicht hier unbedingt nur in dieser in diesem projekt hier wo ich am anfang jeder folge einen neuen mod hinzufüge natürlich logischerweise alle mods die mit der 189 kompatibel sind da gibt es zwar nicht so unendlich viele sage ich mal aber da sind doch einige dabei das minecraft spielen ein bisschen interessanter gestalten sagen wir es mal so und in minecraft bin ich ja sowieso nicht so der pvp typ das interessiert mich also ziemlich gar nicht das dürfte eigentlich auch schon reichen ich immer noch hier so eine reihe mit wie war das so noch mal mit dem ofen ich glaube ofen machte man irgendwie so oder sehr gut ein bisschen was weiß ich doch noch sehe ich da hinten ein bisschen wasser ich renne gerade hier über was da denn hier brennt ist ein bisschen ich habe da auch noch so ein modpack im auge was ich eventuell auch mal ausprobieren möchte ich glaube bleibvoll oder so ähnlich heißt das ich habe es gerade ich den genauen namen im kopf ich weiß aber nicht ob das was für mich ist weil da muss man sehr 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 viel lesen und sehr 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 viel storyline und mal gucken ich würde das gerne mal ausprobieren es gibt auch die ein oder andere survival map die ich mal gerne ausprobieren würde aber mal gucken worauf ich so lust habe wie machte man denn noch mal machte man so holzkohle ich glaube so machte man holzkohle tatsache so machte man holzkohle alles klar machen wir mal ein bisschen holzkohle das suchen ist ja echt interessant durch optifine das muss ja schon sagen ich weiß gar nicht ob ich optifine wie schon mal drauf hatte ich bestimmt und eine sehr schöne sonne so ja das hat er hier super funktioniert so tja was möchte ich hier eigentlich bauen ich weiß es nicht ich brauche sowieso erst mal ein plätzchen wo ich mich niederlasse da hinten ist ein schneebium da möchte ich jetzt nicht unbedingt hin ich finde schneebium jetzt nicht so mega geil vielleicht ein bisschen in wassernähe ja vielleicht irgendwo da hinten so hin ich gucke mir aber gleich an wieso da alles so niederbrennt das würde mich doch schon mal so interessieren da komme ich glaube das reicht jetzt aber auch so so nehmen wir den ofen mal wieder mit habe ich eigentlich noch stein irgendwie übrig da habe ich tatsächlich ich könnte mir also noch eine eine steinausrüstung machen ich denke mal das werde ich aber eher gleich in der nacht machen so mal gucken wieso brennt hier denn alles und kann mir das mal verraten was ist denn hier los das hört sich doch ein bisschen nach labern ah ja alter wie sich alles so so gut färbt aha was haben wir hier denn wo möchte ich mich niederlassen das ist eine sehr sehr gute frage alter was das für ein riesiger mond gut ich würde mal sagen ich brauche eine spontane übernachtungsmöglichkeit ich wurde mich gerade hier rein ähm ja tue 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 tüu das fängt ja gut an so ich bau mal ein paar Us극 großartig machen wir das ganze mal zu schade ich habe leider keine schafe oder so ja ist ja gut machen wir uns hier hat man das ganze ein bisschen sehr gut machen wir uns das ganze mal ein bisschen geräumiger geht es hier irgendwie raus alles gut ich denke aber der anfang wird noch recht bescheiden von dieser playlist wie gesagt am anfang jetzt noch nicht so die mega spektakulären mods dabei optifine ist ja quasi schon so standardmäßig das hat ja sowieso jeder so nach dem motto ein texturen packt ja quasi auch schon jeder das kaninchen kaninchen fäll das können wir uns mal gerade machen ein bisschen was essen müssten wir auch mal sehr gut so ja ist ja gut da draußen so dann rüsten wir hier mal ein bisschen auf was ist das das ist das denn das geht ja ja nicht das gestöne geht mir bis auf die eier muss ich sagen gott bratenes schweinefleisch tja was mache ich hier nun die nacht über ich weiß es nicht ich hoffe ich finde in dieser ersten folge schon einen bauplatz und da werde ich nicht so ewig irgendwie herum irren muss weil wie gesagt am anfang von jeder folge kommt ein neuer mod in dieses schöne mod pack mit dazu und ich habe da also ich habe mir echt einige sachen rausgesucht der ein oder andere mag denken der ein oder andere mag vielleicht denken für die 180 gibt es ja quasi noch gar keine monster gibt es durchaus einige schöne schöne dinger und die erweitern mein kopf doch um ein gutes stück so jetzt machen wir hier geht mal gas hier ich hätte mir vielleicht zu einer art kugloch machen sollen gott alter wieder sich das denn aus das sieht ja interessant aus also diese texture pakete nicht schlecht nicht schlecht schön dass man es auch irgendwie erfahrungspunkte kriegt wenn man irgendwie sachen brutzelt so ich möchte ich jetzt aber nicht unbedingt bleiben also so mega geil ist es jetzt auch nicht wie schnell es aber nacht geworden ist so steht der mond keine ahnung sehe ich nicht was könnte ich denn schon mal machen ich könnte gucken ob ich vielleicht irgendwie ein bisschen kohle hier unten finde keine ahnung ich muss mir jetzt ja irgendwie irgendwie die zeit tut schlagen bis ich ihn jetzt wieder nach draußen kann mal gucken vielleicht finde ich ja irgendwie spontan so 23 eisen oder 23 kohle ich weiß es nicht ich wüsste jetzt auch nicht was hier nachts irgendwie anders machen sollte das ist ja super gut so viel dazu daher kommt das ganze gestöne ich habe mich schon gewundert und das jetzt schon wieder was ist das granit aha ich glaube als ich das erste mal microsoft gespielt habe gab es auch noch kein granit irgendwie so wirklich alter ging mir auf die eier so kaninchen was wollte ich denn machen ich wollte schon noch ein bisschen holzkohle machen das ist echt das blöde an mein kopf ich glaube das hat mir auch immer so ein bisschen den spaß genommen dass man macht dass man nachts irgendwie nur so ein bisschen unten rumgammeln konnte und so ein bisschen fahren konnte ich sehe schon ja nichts ist es ist ein stein sandstein interessant hier ist sandstein ok da kommt sand runter stopp finden tue ich jetzt nicht wirklich was ich glaube dazu müsste ich irgendwie schon irgendwie in die höhle gehen ich glaube höhlen oder schlucken lohnt sich da doch irgendwie um einiges mehr ach hier ist nur mist großartig sehr gut es wird tag gott freut mich sehr gut dann kann ich ja weiter ziehen eigentlich würde ich mal so sagen da ist ein kriter an denen habe ich jetzt kein wirkliches interesse ach stimmt gab es gibt es sich irgendwie auch irgendwie böse fische irgendwie im wasser da muss man jetzt ja auch irgendwie aufpassen so die frage ist wo lasse ich mich nieder ich finde es irgendwie faszinierend da gibt es noch gut aus da gehe ich mal hin in die richtung was ist das denn das ist interessant sowas gibt es mittlerweile also auch wo könnte ich mich niederlassen schafe das ist das ist sehr praktisch ich brauche eure wolle oder setze ich mich auf den berg das können natürlich auch machen wo pflanze ich mich hin naja so mega geil sieht das hier aber auch nicht aus also alles muss man ja sagen mein kopf war mir das echt nicht so mega schön von den biomen her aber wie gut dass wir in jeder folge einen neuen mod hinzubekommen ich denke mal da gibt es ausreichende hilfe aber was soll mich hier nicht gerade auf ist das eisen eisen sehr gut da hinten doch irgendwo kohle mhm kohle holzkohle mhm hier vielleicht wo lasse ich mir nieder das ist eine ziemlich gute frage irgendwie egal in ich komme immer irgendwie zum schnee bio ich wäre ja schon gerne in wassernähe ich finde unspaß diese ganzen gewässer sehen so mega hässlich aus gut das an das sieht doch alles mega hässlich aus ich glaube ich hätte doch lieber weiter am wasser entlang gehen sollen dann hätte ich glaube ich schneller was gefunden gibt es unterliegende höhle das ist sehr interessant away ja sehr gut alles voller wald hier ist ja alles voller wald und da lasse ich mich einfach erst mal irgendwie hier nieder ich glaube das wäre irgendwie fast schon das beste vielleicht irgendwie hier ganz oben oder so mal gucken was soll denn hier so finde aussicht wenn ich jetzt sagen würde ich baue mir zum beispiel jetzt hier oben was hin ganz ehrlich kann man machen ich glaube hier oben ich glaube hier um baue ich mich auf so habe ich jetzt beschlossen hier oben auf dem werk warum auch nicht so da müssen wir natürlich erst mal ein paar bäume weg ich brauche ein bisschen baugrund du bist es noch weg du kannst von mir aus bleiben du bist es glaube ich noch weg ja ich glaube damit kann man arbeiten ich glaube damit kann man arbeiten so hier kommt dieses holz bei raus hmmm So, da brauche ich mir gerade so eine kleine bescheidene Hütte, okay das ist vielleicht wirklich ein bisschen klein Nein, sehr gut Also die Aussicht gefällt mir, muss ich sagen Besonders mit dem Zoom, also das Zoom, das finde ich ja mega geil Ist doch schon voll der alte Hude, aber ich hatte Optifan eigentlich nie wirklich drauf Ich habe ja eigentlich nie so wirklich viel Minecraft gespielt, wenn ich ehrlich bin Aber das kann schon was So, bauen wir uns hier erstmal so einen Kasten Ich glaube das, ja ich glaube das mache ich quasi als Fundament Mehr wird das hier erstmal nicht So So Wir hatten ja nochmal 64, sehr gut Ich sollte mich vielleicht ein Klitzekniss ein bisschen beeilen, weil es wieder dunkel wird So Es wird ziemlich schnell dunkel möchte ich mal anmerken, sehr schnell Oh oh Wir sind ja ein bisschen beeilen hier Alter wird das schnell dunkel Oh Okay Ich habe ein kleines Problem, ich habe kein Holz mehr Hier spawnt auch jetzt nichts, oder? Hier spawnt auch jetzt nichts Nein Nein, hier spawnt jetzt nichts Das kann gar nicht sein So Jetzt brauche ich ja ganz schön hier mehr Holz 48 reicht das? Ich weiß es nicht Sehr gut Sehr gut So Die Mistviecher können ja klettern So Noch 18 Stück Also ich muss sagen, wenn man ranzubt, sieht das nicht mehr so mega geil aus Aber Aber Von so weiter weg Nice Auch der Himmel Und die Wolken Hm So Ich stelle mich hier erstmal wieder unseren Standard-Kram hin So Ja Genau das wollte ich hier hinsetzen So So Na großartig spinn Wie macht das denn jetzt mit unserer Decke eigentlich? Jetzt Ich das sieht jetzt irgendwie ein bisschen falsch aus aber okay muss für diese nacht reichen ach ja hier kommt schon nicht sein was soll hier schon reinkommen das halte ich für ausgeschlossen soll ich immer sagen die holzkohle verballer ich als erstes das könnte mal hier brutzeln hier das hier zum beispiel das könnte ich doch schon mal brutzeln haben wir noch irgendwie eisen vor nacht genau hier weisen ganz ehrlich das dort mal ein bisschen zu lange wenn ich ehrlich bin da kann hier schon was eisen brutzeln ich habe kein holzer für eine tür sehr gut ok wie viel als wort war von der tür ich glaube sechs oder 1 2 3 4 5 und 6 ich glaube die tür ging einfach so oder es war drei türen das ist ja wirklich fernal einer jetzt auch getan aber gut ok alles friedlich sehr gut wir haben eine tür so machen wir es mal so das haben wir das haben wir dass ich sonst noch etwas brutzeln ich glaube nicht oder vielleicht das brutzeln so ich weiß was ich damit mache ich mache daraus fackeln so und das restliche hier aus manchmal sticks so das ist auffällig sechs eisen was geht auch sechs eisen machen ich würde sagen eine spitzhacke gönne ich mir mal und dann gönne ich mir noch ein schwert das sieht auch schon mal gut aus damit ist die erste folge auch schon fast um ein paar minuten habe ich noch kürchen noch machen in der zeit gut dach ist jemand da sehe ich krippe und zum biet da unten läuft glaube ich ein skelett oder so rum sehr gut gleich wird es wieder tag endlich 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 ich sprach holz ich bräuchte vielleicht vielleicht auch irgendeine art playlist die im hintergrund läuft ich meine wenn die minecraft musik mal aussetzt dann ist doch ziemlich ruhig also wirklich extrem ruhig hier ist halt wirklich gar nichts an sound was was war das oh nein ach bitte nicht kommt das hier rein ich hoffe jetzt mal nicht könnte es bitte wieder tag werden ja sehr gut es könnte auch ein bisschen schneller gehen hüpf die sonne geht gerade auf wenn du diese tür auf machst bist du tot wieso brennt es nicht da steht es das hört sich doch gut an das hört sich doch richtig richtig gut an da drin wir ok ok den loot hätte ich jetzt sehr gerne wo sind der verbrannt irgendwo hier oder ich habe was aufgenommen knochen ok ich brauche ein bisschen mehr holz und das ist ein creeper das ist natürlich jetzt wunderbar sieht der mich wieso steht da ausgerechnet ein creeper das ist ja wunderbar da steht der ok der dürfte mich eigentlich absehen so das dach würde ich natürlich schon gerne noch fertig kriegen bevor wir den zweiten mod ins modpack mit aufnehmen ich glaube das wird nichts so das wird natürlich nervig dass ich dann immer auf den mainberg runter muss um an irgendwelche rohstoffe zu kommen vielleicht klappt es doch sehr schön ok moment ähm ne dafür fehlt mir noch ein bisschen holz hm warte mal das mache ich ja anders das mache ich ja anders wie ging denn das nochmal ah genau so ging das so genau so hm ich brauche die kiste das könnte ich glaube ich auch machen So, das müsste eigentlich reichen. Wir machen mal gleich so eine schöne Doppelkiste. So. Ach du heilige Scheiße. So, tun wir das mal hier an. Was haben wir hier? Keine Ahnung. Diurid. Ah ja. Sand. Warte mal, den behalte ich mal. Das kann ich doch auch eigentlich verbrennen, oder? Sehr gut. Das tue ich mal hier rein. Was haben wir noch? Granit. Ach genau. Natürlich. Wie war das denn nochmal? Warte mal, ich glaube so. So. Und so war so ein Bett. Sehr gut. Du kannst nur Nacht schlafen. Okay, der Zukunftsflug sollte sich merken, dass er auf jeden Fall schlafen gehen sollte. So. Die paar Holzsachen tue ich auch mal hier unten rein. Die können wir dann verbrennen. Das kann ich auch mal irgendwie hier rein tun. Ach du heilige Scheiße. Das kann hier rein. Die Pilze können hier rein. Ein bisschen Essen kann ich hier eigentlich auch mal rein tun. So als Reserve. Der Knochen kann hier auch rein. Ich glaube, das geht so. Wo hatte ich das denn hier? Genau. Einmal Glas. So. Wo machen wir denn mal unser erster Fenster hin? Ich würde mal sagen, hier. So. Sieht es nicht schön aus, unser erster Fenster. Gut, ich würde mal sagen, das war es für die erste Folge. Wir haben uns tatsächlich schon eine kleine Behausung auf einem schönen Schlingenberg gebaut. Und wie gesagt, am Anfang jeder Folge kommt ein neuer Mod in dieses Mod Pack. Ähm. Tja. Ich bin mal gespannt, was es in der nächsten Folge Neues geben wird. Ich habe nämlich noch nicht für einen zweiten Mod entschieden. Kann ich eigentlich auch... Ach schön. Ich kann ja sogar so durchs Fenster rauszoomen. Da wäre auch interessant gewesen mit den Pilzen. Ähm. Nun ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch gefällt dieses neue Projekt. Ich werde bei Minecraft, wie gesagt, ein bisschen versuchen zu variieren. Nicht nur mit diesem, ähm. Es kommen immer neue Mods hinzu jede Folge. Sondern vielleicht auch mit dem Mod Pack, was ich am Anfang angesprochen habe. Aber das würde ich mir zumindest gerne mal ansehen. Oder mit der ein oder anderen Survival Map. Da habe ich auch schon das ein oder andere im Sinn. Mal gucken. Hin und wieder wird es mal wieder Minecraft auf meinem Kanal geben. Gott. Jetzt aber genug gelabert kann ich. Ne. Ich kann natürlich nur nachts schlafen. In dem Sinne. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Bis dann. Ciao.